schauen wir mal die fd set 8 beta die dritte oder so runde mal gucken wenn es interessant wird lassen was kann man es ja mal uploaden i guess noch keine ahnung und irgendwas aber hey macht ihr auf der ganze range of attacks peter bremser ach genau und olaf passiv hier achte das letztes am leben sein muss einfach mal spiel vielleicht mal versuchen admins zu spielen können interessant sein ich weiß es noch nicht einfach mal kaufen und gucken was draus wird das heißt wir müssen nicht aufs geld achten tschüss unten entfernt auch noch ein schwert okay general neck turn he gains attack speed ok genitalon higgins ability power killingen jetzt das was interessantes für jemanden für ein team was viel castet müsste ich ihn als spieler man defender im team zu haben ist nicht verkehrt die fänder sind gut die fände du bist auch eine defender nicht wenn ihr die gedgete ihre spieler sehen damit ich voll bock jetzt irgendwas richtung caster zu spielen nur wegen seinem gibt es ein caster team genau ja wort hier noch zogen werden es auch was magisches gehen aus ich kriege was du hast ja noch die fänder worden ist interessant hier mit neun mädchen sozusagen die gps muss passen ob wir auf zwei bringen du auf zwei naja trägt kein item hart mal sehen warum nicht ja verliere ich das so aus oder oh wow du hast einen starken wukong er will aber auch unbedingt kommen oder also hier fehlt einiges auch nicht du wie könnte ich brauche ein ding wie heißt annie annie wäre star ja wer macht denn den kerry sie wie heißt sie noch leblanc kerry ist ja der ultra mage hier zurzeit bisher mal sehen wie lange alle drei stunden manche sagen so op na gut hätte ich mal rausschmeißen ist mir egal warum sind brawler so schlecht mittlerweile also ich versuche nicht viel zu schlecht hat brawler schon immer schlecht was ist war schon jetzt so nicht du nicht so unterreihen und da okay du hast doch AOE oder nicht Attack Damage sie hat auch mit als Carry Spare Slinger oder mit LeBlanc oder wäre es sinnvoll das auf Annie zu werfen damit sie mehr Männer bekommt und wie interessiert mich das Ding gar nicht da ich kein Milia auf jeden Fall so das ist eh nur Temborea da muss ich keinen Wukong nicht raus ich bin auf vier Tanks am Ende ich brauche einen Star Guardian zusammen vielleicht ein bisschen oh wow oh verdammt ist das beides interessant dann würde ich ja voll Mage spielen oder wir gehen darauf einfach weil es interessanter ist dann etwa voll Gadget hier spielen wollen wir alle mit reinwerfen ja warum nicht Scheißlau Sparecrick kennen wir schon ist noch nichts Neues hat ja eine Runde machen einfach so weiter oder an dir dann kriegen wir sonst kriegen wir das zweite Item nicht direkt ja hier kriegst du eine Hand hast du es gerne haben einen Spare Slinger wieder ich krieg sie auf die Presse natürlich passt schon oder will ich mir das Bire spielen oder nicht bin voll Fan davon Mana Caster wir gucken noch mal was bei Items bekommen und sehen wir weiter online online scharfen wenn man will ich jetzt nicht genommen wie hart und es da gar nicht unter Umständen mit dem noch zusammen mal sehen machen wir das doch so fängst überleben das gute auch ein gute Dinge leider ist es Magic ist gut tanky sollen tanky du bist Sparecrick aha das war natürlich verkehrt ich werde jetzt eigentlich voll auf Magic gespielt nur wegen seinem komischen Boni noch der 20 jeder dritte 10 30 ne ja Start Mana 20 jeder schütze nur Start Mana ja 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 da ja was das bin ich ja hart und extra chaos wenn ich mal so verkehrt ich glaube ich habe keinen platz für dich hyper survival ich würde hingehen auf drei bekommen weil ich ihn spielen muss und hart spielen würde ich sagen ich würde nur die drehen wenn es da gar nicht sein da müsste ich damit 9 sein und die reine drei reihen spielen aber ich finde ich kein platz war annie annie ist so ein starker tank hier das schild ist so riesig ja gib ihm sie ist der admin werden wir her werden wir auch her haben wir nichts neues es wird auf jeden fall nichts werden die sonne mal das geld ausgeben kann ich hinterher so viel neue sachen das ist meine alte komponente mit krit magic und kriegst du jetzt auch kritisch ich sagen da war den dort nicht genau mit jules und klett das bestehende emblem wir haben gesagt wir gehen auf mädchen das macht zum grunde ja das kriegt wer soll im doppelkasten sowie war es ist ja nicht doppelkasten auf was schon so ich habe mich auch an dem thema ah also alte sache werden damit wir machen damit mhm 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 900 aber gut wir haben hart und sie ist ein speislinger das ist auch schon derzeit rum wird nichts mehr ja wenn auch 6 also fast weg die primär alles nichts weiter das war gar nicht mehr natürlich admin hast du nicht den stern regen selbst okay sondern champion ich kann platz haben er ist der zweite der mit stäler hier weiß ich nicht sehe ich nicht okay ich würde gerne arme bekommen für sie weil sie selbst das schön skandiert nötiger tankiness für unsere mage tank das haben wir das verpackte menü ganz toll ja dann guckt man runde nur zu und irgendwann davon bringt das was aber egal einzig blut am hacker ist interessant und jetzt ist das hier durch dankeschön ich krieg den pull als ok wo ist man schlimm schlimm Okay. Hey, wo kommen? Was ist das? Oh, brah. crown macht ja jetzt sind in anführungsstrichen da sind nur noch selber so spielinger sonst wesentlicher besorgen war es ist ja noch lux ist ja dann leblanc macht das menschen aus den siehst du siehst da gar nicht so wie drei weblanc drei ich bin so neben mir spiel cast weißt du nicht welchen du hast gerade aber gar damit schock lang kein überblick mehr was überhaupt los ist so gern sehen wieviel schaden wir machen naja was ich musste noch richtig stellen ja ich bin ja wieder super dabei manchmal ist jemand und sterblich weiß ich was ein lag ist oder ein bug oder so oder ob das eine fähigkeit ist bringt das wort was ihn noch hoch zu bringen aber von der bastion also können die noch nach vorne bringt unsere eigentlichen tanks ist mir ja hier ja ich jetzt ach tschüss Wow! Bam, 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 bam! Boom, 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 boom! Oh, come on! So knapp, oh, yep! Oh, reicht er nicht. Oh, nicht gut drauf. Brawler, Haufen HP, aber keinen Schaden. das alte freeze von damals sah besser auf jetzt komme ich nicht durch okay was hast du eigentlich in renecoring attack speed ach das ding hätten wir auch bekommen was soll es ich werde nicht umbauen für irgendwas es braucht was alternatives finde ich hat ja auch spiel werden also um die werden zwar nur 2 aber hey wir sterben wieder ist fein aber hat ja klappt können die verzögerung tut echt weh na ja wir sind drei wie drei spams wird jetzt einfach jedes team geschmissen unabhängig davon ob es ins team passt oder nicht by the way weg 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 Vielen Dank.